So Leute, da sind wir beim nächsten Booster Opening. Diesmal nochmal Mystery Booster. Anfang letzten Jahres kamen die Dinger raus. Sie haben mich super hart gecatcht und ich liebe diese Teile. Das hier war glaube ich sogar noch eins aus der First Gen. Also, oh ja, fühlt sich auf jeden Fall so an. Wir haben ein Loxodon Partisan. Fünf Mana, drei, vier mit Battlecry aus ... Irgendwas mit Chiora, glaube ich. Arrest. Drei Männer, man nennt es verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur kann wieder eingreifen, noch blocken, noch aktive Fähigkeiten benutzen. Hammer. Warden of Evos Island. Drei Männer, zwei, zwei fliegen. Andere Kreaturen fliegen, kosten ein Männer weniger. zum Spielen. Hm, okay. River Whale. River Whale. I really ... Ich kann es nicht aussprechen. Sechs Mana, vier, fünf fliegen. Pros spielt eh niemand. Dämonic Vigor. Ich hätte gern Dämonic Tudor. Ein Männer entchantend, ne Kreatur kriegt plus eins, und wenn die stirbt, bringt die auf die Kontrolle ihres Besitzers auf die Hand zurück. Das ist ne ziemlich gute Karte. Und Walking Korps. Zwei Männer, zwei, zwei. Kein Effekt. Miner's Bane. Sechs Mana, sechs, drei. Und kriegt plus eins, und Trampel bis zum Ende des Zuges für drei Mana. Seismic Stomp. Zwei Männer Sorcery. Kreaturen mitfliegen können nicht blocken in diesem Zug. Elemental Uprising. Zwei Mana eine Kreatur, gewährt zu vier, vier bis zum Ende des Zuges. Sie kriegt Eile. Haben wir bisher nur Kams? Wir haben bisher nur Kams gehabt. Ist immer noch ein Land und muss geblockt werden. Fünf Mana, fünf, vier. Für Wahl. Kruhschock. Unsere erste Ankamm. Mers, Mersurial Geists. Vier Mana, eins, drei. Fliegend. Immer wenn ihr Insane oder Sorcery Spell spielt, kriegt die plus drei, plus null, bis zum Ende des Zuges. Grohs & Verge. Unser Land. Kommt getappt ins Spiel. Tappen für ein Farblose. Zwei Männer tappen Opfern. Durchsucht erdeckt nach einer Forest-Karte und einer Ebenenkarte und bringt sie getappt ins Spiel. Unsere Throwback-Karte ist Volunteer Reversers. Zwei Mana mit Banding, Kompetentierversorgung, zwei, vier. Spawning Rounds, unsere Rare. Das ist ein richtig schlechtes Booster. Das ist acht Mana, entscheidet man Land. Das entscheidende Land hat Tappen, kriegt ein 5,5 Beast-Token. Und Greasefall Sabotage ist unsere Foil. Man zerstört eine Artefakte oder Verzauberung mit Conspire. Wow, das tat weh. Also man kann hier richtig coole Sachen rausziehen, aber Hellas Booster sagt einfach so, du nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Neublex8. Ciao, ciao.